Aufhängt an. Hm. So aus, wa? Geben wir den halt 5 Minuten dazu, ist auch scheißegal. Ja. So ist das. Ja, das wirklich mal machen. 40 Minuten für 3 Minuten. Nein, alter. Man, das Spiel wir catchen. Timo ohne Timo. Wir haben schon. Ich zeig nichts mehr. Bist du schon am reconnecten, oder? Hm, ja. Mit offenem Minecraft. Ja, jetzt. Ach so. Kann man hier durch? Oh, warte, warte, warte. Das geht nur hier, ne? Das geht hier, ne? Das geht auch von da nach da, aber du hast hier grad die dickste Stelle rausgeguckt. Ja, ich weiß, ich hab ja extra an der dicksten Stelle geguckt. Oh, die dickste Stelle. Aber ich, ich mein das, ich bezweifle, dass das hier geht. Die dickste Stelle. Oh, doch, das geht. Ich bezweifle, dass das geht. Dein Arsch. Ich bin da, ich hab ja rum. Du kriegst nicht mal eine mickrigige Sekunde, weil der Mann hier sind. Das ist Major-Tag, um die Ground Control. Ah, Fredo Sto Mills. Wer hat hier gedrückt? Ach Gott, er. Ja. Ah, Prestige to dance in F2. Keine Ahnung, was F normal bedeutet, aber... Ach Gott. Ah, Kettler mit 7 AP. Ah, er hat mir schlecht, wenn ich das sehe. Ich muss scouten. Wie wär's denn, wenn du mal... ...den Mund hältst? Wollen wir nach oben? Wollen wir nach Timo beschützen? Gelsi, komm mal mit. Ich will das für's Blood haben. Haha. Ich auch. Na, da geht's nicht. Ich hab grad überlegt, ob ich... Ich lauf dir hinterher. Ich lauf dir hinterher. Dann wärst du wenigstens am Fürst Blood beteiligt. Ja, ich will das für's Blood haben. Da unten sind sie. Go, go, Fiddle. Jetzt ist Timo und Gott getötet. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Go, go! Extra Gold! Werdenzahler! Ich hab ein paar... Oh mein Gott, ja, ich hab echt ein paar. Die auf der Riven! LOL! Go, go, hinterher! Alter, was macht ihr? Ich werd ihn nicht schenken. Ja, ich hab ein bisschen zu wenig Leben. Nicht nur du. Heul doch! Der Temo. Ich hab mich grad nur hingestellt, dass ich mit Cresi durchrennen kann. Alles klar. Was soll mal herkommen, die Schweine? Ja, irgendwie schon, ne? Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Ja, jetzt bist du rausgelaufen. Ja... Logo wird die da reinjumpen. Kf... Och, Massa... Wo setzt die die Trap hin, Alter? Die sollen die da hinsetzen! Ich krieg's ja... Ey, ich krieg... Creep! Nein! Creep! Ich krieg die ganze Zeit auch AP. Ist voll buggy, ey. Achso, das ist buggy. Ja. Ich sterbe nicht. Alles safe. Logo. Wie sie unbedingt mich killen wollen, ihr seid so killgeil, ey. Haha. Fuck! Dieses Drecks-TV eigentlich. Ready, holy shit. Krass. Krass, oder? Nein! Das war ein Crit. Tja. Verdient. Warum das schon wieder? Weiß nicht. Krassi. Krassi. Vorsicht. Ich will die Box da auslösen. Nein, tust du nicht. Na gut. Äh, nee, Shaco. Seh ich mal nicht so. Auf die Riven. Good job. Shaco Box. Hahahaha. Oh fuck, der Shaco... Ah ne, der hat ja... Der hat ja... Der hat ja nur so ne Boxen. Oh, ich liebe Shen-Sport, ey. Der ist schon geil, ne? Welch schoth! Er hat Timo getroffen. Dean hat Timo anvisiert. Und sonst hätte ich auch gestorben anscheinend. Der One Ward. Scheiße. Hier ist ein Ward drin in der Vorsicht. Leider konnten wir nicht mehr zerstören. Wie so ein Nachrichtenreporter. Leider konnten sie das nicht mehr zerstören. Ja, eine Tragödie für das Land. LOL. Für das Land LOL, du mich auch. LOL, der Temo. Der Temo. Ja, der Temo da. Leuchtet chillt. Du bist tot. Ich bin tot. Ich block hier im Rand irgendwie den Weg. Lauf. Ich bin tot. Oh LOL. Nein. Ich würde mir gerne den Viertel holen. Den wollte ich auch haben. War weggekommen, wäre ich... Oh fuck. Ah, fuck. Wild Gangpläne, Pierce. Boah, ich bin voll im Versuch, mir einen Schwätz zu holen und einen Levetter zu kaufen. Darf er noch nicht mehr. Ja, ich weiß, aber das ist halt so... Die haben gerade Blue gepullt. Was geht mit denen? Ja, Cassio gepullt hat immer. Ja, gleich reporten. Boah, ich bin so tanky, ne? Bist du gar nicht. Bist gestorben? Uhuuhu. Zweimal schon. Ja. Das sind... Da oben ist ein Viertel. Oh mein Gott, da oben ist ein Viertel. Dann nehmen wir lieber die Cassio. Oh mein Gott, ich bin ein Viertel boxen. Äh, ein Viertel boxen. Ein Viertel boxen. Ja, ein Viertel boxen. Na halt, ne? Geh mal, geh mal! Wie gesagt, ich bin nur so... Ist... Ist... Das ist ein Deal. Hier ist immer noch ein Wort drin. Eins ist da immer noch drin. Krass, wenn die Fresse halt, dann erfährt ich ein Kästchen. Was ist Krissi eigentlich gemutet? Na ja, Ratt, ich stehe halt wieder übel rum. Good job. Das ist ein Charco. Ich verprobe kein Tränchen mal ins Gift rein. Äh, und... Ja, interessiert doch keinen. Wir haben hier drei Kills. Hätten. Aber wie kriegt es keiner auf die Reihe? Irgendwie machst du mal den zwei Charco-Boxen jetzt dran. Wird dieses Gift-Dings da nicht angezeigt? Da oben ist gewordet. Wann sieht's? Ah, fuck. Ein Crit und... Tja. Was? Da kannst du mal aufhören zu stehlen. Die anderen wollen auch mal Kills haben. Ehe, dann nimm sie dir doch. Bist du dumm oder so? Ich los mal kurz die Boxen aus. Mach mal. Ey. Ey. Ey, da. Die Kassio fuckt mich grad richtig ab. Sorry. Ah, kein Problem. Mann, was ist denn das für eine Range von diesem Drecksgift? Oh lol, der hat grad'n Dingus gepolt. Ja. Unstoppable. Shut down. so ob das ist sind alle anderen noch ja genau noch zeitlich du fixer er gott er ich werde gekillt muss auf die sidelane sorry ich habe nicht gesehen dass du kommst aber ich finde ich möchte nicht bewegen auch immer du ihn gerade nicht genommen hast master oder halt den ganz er ist ehrlich die lassen tag weißt du ich kann mich nicht bewegen wenn ich nächste bock rein kann ich wieder nicht bewegen und mit rauf ja das nach ja wir hätten das geschafft doch guck dir meine krippe an und Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, genau, komm doch noch näher zu mir, ey Wie viele Farme schon durch die Schocko-Boxen bekommen haben Oh, wir sind immer noch im Checko Hier ist dann Mh, lass mich nicht alleine Alter, geht hier mit dem Gift auf die Eier, ey Ach, scheiße, ich wollte mir einen Vampire-Factor holen Loll, crit Ja, der crittet voll oft, ne? Ja, ich würde sagen, der darf dafür ruhen Ich würde auch, wenn ich mit meinen 20%-Crit-Ruhen reinhaue, übel aufkrippen 10-4 Boah Was ist denn Amblem of Velo? Mach das Was willst du mir denn, dir mit deinem Null-Magie-Mantel holen? Ah, was kauft man sich damit wohl? Ich trinke Ich brauche noch ein bisschen Gold Vad corridor Ich bin Ich bin ister Was hat Aber Bei Job Ich bin Dann Ich bin Ich bin leider Da ist ein Warn-Donner Leute, eventuell Hilfe ist da oben Ich bin ziemlich kassier auf den Sack, ey Ja da, viel Vorsicht, ne Ich lass Ein Gangplank-Crit und du bist gut Ja, ich hab mir jetzt 100 Rüstungen geht, klar Da ist ne Box, ne, pass auf Mhm Die Menians, euer Problem Was habt ihr denn hier gewardet? Na ja, das ist Jacko Hier haben sie auch gewardet Ja, das war ein Civi Hier nicht mehr Da ist die Schallschule Gehen wir sie holen? Gleich gehen wir sie holen Läuft, den wollte ich gar nicht haben Ne, du wolltest den Skill nicht haben, wir wissen's Nein Ich wollte den Skill machen, aber so dass ihr den bekommt Und dann hat sie noch ein Outfit gemacht Ja, aber doch nicht Nimm die doch einfach Ich komm immer zu spät Ja, du arme Fuck Geh oben lang Natürlich ist der sowieso wieder auf die Sideline gegangen Da war der Wieder Kennst du auf die Sideline? Jaa Oder der ist einfach nur in dem Busch geblieben Kann natürlich auch sein Ne Der ist 100%ig Ne Auch möglich, aber glaube ich nicht Wie Ui Das ist aber noch Geht die Kalle Oh Guck mal, ob ich noch Trinity Krieg Oh Fuck Jetzt in der Show Alter, hab ich nicht grad in der Show erschrocken Sorry Hier sind ein Problem Ach quatsch An ally An ally has been slain Shut down An ally Natürlich ist der Shaco Hm, das interessiert mich irgendwie nicht Pussychamp Oh, passt schon Wollen wir? Wollen wir? Hahahaha Die Der war lucky ey, der war aber richtig lucky Ja, die hat er gewartet Ja, dann war es auch kein Reflex Mh, nie im Leben Boah, der GP hat mal eben die Geister gemacht Nicht Okay, Trinity hätte ich jetzt voll. Holy moly. Da kommt man schon runter, ne? Wer sieht, du darfst nicht mehr sterben, das weißt du. Es ist schon lange gewonnen. Achso, ich dachte, die Zeit wäre mir nicht sterben. Ne, die haben doch bis 21. Da kommt ein Team in die Tür! Da kommt ein Gangplag, da kommt ein Gangplag, da kommt ein Gangplag. 4... 3... Nein! Nein! Nein, du hast sie geklappt! Hahaha! Okay, daran hab ich aber auch nicht mehr gedacht. Oh mein Gott, eine Sekunde! Alter! Die letzte Sekunde ist noch verreckt, Leute! Gewonnen, Noobs! Wer hat gewonnen, Noobs geschrieben? Schau euch gleich nach.